Jo Leute, herzlich willkommen bei BuffsJong Barefoot. Ich bin Johannes Queller und heute geht es darum, muss ein Swing eigentlich immer gleich aussehen? Da, der Kettebell-Swing. Viel Spaß! Und zwar sieht es ja folgendermaßen aus. Ich habe auch vor ein paar Jahren noch, weil ich von anderen Menschen gelernt habe, gesagt, dass ein Kettebell-Swing immer ein Hip-Hinge ist und quasi nur aus der Hüftebeugung heraus gemacht wird. Man, was I wrong. Das Ding ist halt einfach natürlich, man muss immer schauen, wo lernt man was und ich bin einfach in den letzten Jahren einfach sehr viel an mir selbst gewachsen und habe halt einfach super viele Dinge auch hinterfragt und da ist halt genau die gleiche Geschichte. Warum mache ich denn einen Kettebell-Swing? Um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und was ist denn, wenn mein Ziel es ist, einfach nur besser springen zu können? Ich habe nämlich noch keinen Basketball-Spieler gesehen, der so an den Korb heranspringt. Kein einzigen. Aber ich habe die so springen sehen. Das heißt, warum kann ich da nicht auch den Swing so ausführen, dass ich halt einfach mehr in die Hocke gehe? Das heißt, es ist kein Kardinalsdelikt und mega Fehler, wenn man ein bisschen in die Hocke geht beim Swing. Insofern, es gibt locker zwei verschiedene Arten von Swings. Eigentlich gibt es drei verschiedene, vier, ach, es gibt so viele verschiedene Arten von Swings. Aber heute geht es direkt jetzt um diese zwei, Hip-Hinge oder Squat-Style. Dazu sei noch gesagt, es gibt einfach Menschen, die von Natur aus die besseren Squatter sind und es gibt Menschen, die sind von Natur aus die besseren Deadlifter. Ist halt so. So, stellt euch selber mal die Frage, mache ich eher, also ziehe ich mir am Deadlift weg oder bin ich besser in der Kniebeuge oder ist vielleicht Kniebeuge und Deadlift sogar relativ gleich? Es gibt da so viele verschiedene Typen einfach. Und diejenigen, die halt einfach die totalen Beugemonster sind, die werden auch einen Kettebeuge-Swing machen, der eher ein Squat-Style ist. Und wenn ihr einen Swing macht, der eher Hip-Hinge-lastig ist, dann werdet ihr wahrscheinlich eher der bessere Deadlifter sein. So, folgendermaßen, so sehen die beiden Dinge aus. Der normale Swing steht dahinter, nehmt die Kettebeuge zu euch hin, setzt euch hinten rein, zieht die Kugel ran und katapultiert sie aus der Hüfte raus. So weit, so gut. Das ist jetzt der normale Bilderbuch-Hip-Hinge-Swing. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich möchte eben spezifisch meine Sprungkraftausdauer trainieren, weil ich das für irgendwas brauche. Dann ist das vielleicht eine super Präventionsgeschichte, um mir in die Hamstrings nicht zu reißen, wenn ich sprinte. Aber bringt mir jetzt für den Sprung recht wenig. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach den Squat-Style machen. Indem ich gleiches Setup, ziehe wieder hier rein, ziehe mich nach hinten. Und jetzt gehe ich einfach mit in die Hocke. Das waren jetzt erstmal zwei verschiedene Arten der Kettebeuge-Swings. Lüncht mich, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und in welchem Lager ihr angehört. Squat-Style oder Hinge-Style? Kettebeuge-Swing. Viel Spaß, Dankeschön. Das war's.